Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Gothic 2, der Weg des Schläfers. Auf eben jedem Weg befinden wir uns gerade, also mehr oder minder. Wir sind nämlich auf dem Weg, nein, nicht ins Verderbnis, durch zwei Blutfliegen, sondern wir sind auf der Suche nach neuen Jüngern für die Bruderschaft, unter anderem. Warum wird denn die jetzt einfach mal so aggressiv? Jetzt brauche ich einen Crit. Jetzt brauche ich einen Crit. Jetzt brauche ich ganz, ganz schnell einen Crit. So, bitte auf die andere Blutfliege. Wo ist der Crit? Letzte Folge habe ich ihn noch gelobt. Wir wollen mich doch verarschen. Ja, das fängt ja direkt wieder rosig an. Direkt wieder so eine unnötige Stresssituation hier hervorgerufen. Aber der Gürtel des Schülers, oder wie er heißt, heißt der überhaupt so? Der Schüler. Hat sich direkt wieder bewiesen, muss man ja sagen. Jetzt wollen wir als nächstes die Scavenger dezimieren. Das sind auch nur zwei, ich dachte, das wären drei. Also drei waren es dann mit dem Exemplar, das von den Wölfen verfolgt wurde. Aber wir müssen sie auch nicht übernehmen. Da oben ist auf jeden Fall der Wolf, denke ich mal, der dann... Ja, und da geht die Verfolgungsjagd auch schon los. Und da hinten kommt der Scavenger uns entgegen. Jetzt müssen wir hier... Jetzt geht es um alles. Da läuft uns aber auch genau entgegen. Jetzt brauchen wir gute Crit. Und der rennt weg. Da hinten ist aber noch einer. Dann gehen wir erstmal auf den. Wir machen das wie folgt. Wir gehen jetzt mal ein Stück weiter weg. Und dann resetten die E. Dann nehme ich hier ganz kurz nochmal den Scavenger aus. Nee, nicht den, sondern den anderen. Ich habe nur keine Ahnung, ob wir jetzt schon weit genug weg waren. Es waren übrigens noch zwei weitere Scavenger, die geflohen sind. Aber ein Wolf ist ja schon mal weg. Jetzt da haben wir uns sowieso schon für die eingesetzt. Hoffen wir nur. Nee, die müssten wieder in ihrer Ausgangsposition sein. Da bin ich mir relativ sicher. Wobei, nein. Nein, da ist ein Wolf. Hoffentlich ist er alleine. Ich höre zumindest die Scavenger. Und da rennt auch ein. Da rennen beide. Warum auch immer. Ich bin hier beim Wolf. Ihr könnt euch beruhigen. Aber okay. Scavenger sind halt einfach blöde Viecher. Das kann man nicht anders in Worte fassen. So, damit habe ich jetzt wahrscheinlich wieder mehr Wölfe erledigt, als ich ursprünglich wollte. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Lernpunkte für sowas übrig. Wir haben nur drei. Und wir sollten schon zusehen, dass wir auch irgendwie irgendwann mal stärker werden. Das wäre ja auch wünschenswert. So nett, dass wir jetzt die nächsten zehn Lernpunkte einfach nur in irgendwelche Trophäen rausdonnern. Was zwar auch okay wäre, weil dann könnten wir zumindest mal rudimentär alles umbringen, ohne uns Sorgen machen zu müssen. Aber man will ja auch stärker werden. So, die Scavenger sind wie gesagt verschwunden. Da hinten ist wahrscheinlich Pacho oder so. Ah, das sind kleine Blutfliegen. Ich dachte schon, warum die andere da auch dahinten schon reagiert. Aber wie gesagt, auf jeden Fall bei den Blutfliegen machen wir Reibach. Das ist gar kein Thema. Das ist nicht Pacho. Das müsste irgendein anderer Gedist sein. Eigentlich nur was für einer. So. Die sind Geschichte. Die beiden anderen Scavenger, keine Ahnung was mit denen ist. Irgendwo werden sie wohl aufzufinden sein. So, mal gucken was das hier für einer ist. Ob das eine friedliebende Person ist oder ein Arschloch. Darrow, aha. Na, wo wollen wir denn hin? Äh, was geht dich das an? Eine Menge Bürchen. Denn egal wo du hin willst, du wirst wohl nicht sehr weit kommen. Ja, und wieso nicht? Ja, wieso nicht? Rate doch mal, wieso nicht. Es ist Krieg, Mann. Je du dich versiehst, hält sich noch irgendeiner für dein Freund der falschen Seite und jagt dir sein Schwert in den Wanst. Also sag schon, wohin willst du? Ja, ich bin unterwegs zum alten Lager. Dann hast du wohl Pech. Da kommt sobald keiner mehr hin, der nicht schon vorher drin war. Meine Kumpels bewahren die Tore Tag und Nacht. Nachts werden sie sogar geschlossen. Das ist interessant. Andere Frage, ist dir schon mal ein Novize vorbeigekommen? Das kann sein. Großer Typ, schwarz. Ja, genau, den suche ich. Ja, dann ist er hier vorbeigekommen. Er ist geradewegs weiter zum Südtor. Ja, soll das heißen, er ist reingekommen, oder was? Wenn er mein Rat befolgt hat, vielleicht. Andernfalls haben meine Kumpels ihn wohl in Stücke gehackt. Und welchen Rat hast du ihm gegeben? Weiß ich nicht mehr. Mein Gedächtnis ist ein Sieb, weißt du? Ja, was müsste ich denn tun, damit ich ins alte Lager kann? Tja, du müsstest meinen Kumpels wohl einen guten Grund liefern. Aber eins kann ich jetzt schon sagen, so einfach wird das nicht. Würde etwas Bier reichen, um die Löcher in deinem Sieb zu stopfen? Nein, aber wenn du ein Bier hast, das würde vielleicht helfen. Also kein Erd, sondern Bier. Dann muss ich auf die Stelle ein Bier herbekommen. Zufälligerweise gibt es da eine hübsche Kneipe auf der Klippe nahe dem Orkgebiet. Ist auch gar nicht weit. Ich werde hier auf dich warten. So, der Punkt ist, pass auf deinen Rücken auf, sagt er uns. Wir haben ja Bier sogar dabei. Sogar normales, oder Königstropfen. Scheint wohl auch genau die Sorte zu sein, die der Daru gerne hätte. Das heißt, das kriegt er doch direkt. Bier für die Wache. Da ist auf. Ach, köstlich. Genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Nun zu dem Rat, den ich deinem Kumpel gegeben habe. Da du großzügig bist, dürfte er dir gefallen. Geh zum Tor runter, drück ihn eine Summe von 30 Erz in die Hand und sag mit besten Grüßen von Daru. Dann wissen sie, dass du von mir kommst und versuch das bloß nicht am Nordtor. Okay. Das war ja schon mal mehr oder minder hilfreich. 30 Erz, dann ist schon die Hälfte unseres momentanen Kapitals wieder weg. Und da oben ist tatsächlich eine kleine Kneipe. Normalerweise ist diese Klippe ja wirklich unbenutzt. Also vielleicht sind ja mal ein paar Gegner, die rumfliegen. Aber sehr, 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 sehr cool, dass die hier da eine Kneipe drauf gehämmert haben. In der Mod, das gefällt mir. Also wie gesagt, die Mod erinnert mich zu gewissen Teilen, auch wenn der Zugang ein ganz anderer ist, weil die Story ja komplett unterschiedlich ist. Erinnert mich ein bisschen an dunkle Geheimnisse. Mit dem Unterschied, dass wir hier natürlich Gothic 2 haben und nicht Gothic 1. Aber dennoch wurde hier alles komplett befüllt mit Leben, mit Vegetation, also megamäßig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir sollen anscheinend wirklich durch Südtor und uns vom Nordtor fernhalten. So, ich glaube, dass da rechts ist ein junger Scavenger. Hier haben wir nochmal ein ausgewachsenes Exemplar. Der direkt kassiert. Ja, also wie gesagt, die Standard-Gegner, die sind kein Problem. Die werden verprügelt, ohne wenn und aber. Boah, die sind auch tückisch, die Viecher. Weil die irgendwie, die haben die Hitbox von einem normalen Scavenger. Oh, hier haben wir sogar eine Schlafmöglichkeit gefunden. Da gab es sogar eine Keule. Aber die ist sehr, sehr schwach. Ich glaube, wir können bis elf schlafen. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Weil dann würde ich das doch direkt in Anspruch nehmen hier. Ja, perfekt. Da haben wir direkt wieder volles Leben. Und nicht viel Zeit aufwendet. So ist das. So wird der Tag sinnvoll genutzt. Können wir quasi diese zusammengefaltete Hütte so mehr oder minder auch als kleine Ausgangsbasis nutzen. Da haben wir auch direkt noch die Möglichkeit. Hier liegt übrigens auch ein Bier rum. Also falls ihr kein Bier dabei habt, hier liegt direkt eins wieder in Darrow. Von hier aus auch schon direkt braten. Jetzt haben wir mal 26 gebratene Fleischstücke. Das lässt uns dann auch so ein bisschen durchhalten in der Wildnis. Trotzdem will ich erstmal zu der Kneipe. Er empfiehlt ja, dass wir da hingehen. Das heißt, wenn wir dann nur Bier kaufen können, wissen wir das und können abwinken und wieder gehen. Weil das Bier für Darrow haben wir ja schon längst. Und falls auch eine Quest zu holen sein sollte, umso besser. Boah, das sieht aber auch echt klasse aus. Und natürlich gehört diese Kneipe dem neuen Lager. Das ist wiederum wirklich sehr interessant. Ich habe mir das eigentlich schon halb gedacht, aber trotzdem ungewöhnlich so nah am alten Lager. Interessant. Zwei Türsteher. Lassen die wohl einen Mann des Schläfers hinein? Kann ich rein. Klar, gib dir die Birne zu und lass ein bisschen Herz da. Und, alles klar bei dir? Sicher, solange du nicht auf dumme Gedanken kommst. Das haben die jetzt beide nur... Ja, das ist nur Smalltalk-Optionen bei denen. Die kann man immer wieder wiederholen. So, was geht hier ab? Da guckt uns doch schon direkt ein Schatten an. Hier drin befinden sich wohlgemerkt auch Schatten und Banditen. Gleichermaßen. Wer ist das da? Dauganor. Tret ein in das Gute aus. Entspann dich bei einem kühlen Bier. Wer bist du denn? Dauganor. Der Besitzer dieser bescheidenen Kneipe. Okay, wenn das ein Schatten ist, dann ist es wiederum ein bisschen sonderbar, dass seine Türsteher Söldner- bzw. Banditenrüstung tragen. Aber vielleicht ist er hier auch so ein bisschen so ein gesetzloser Haufen hier. Und wie läuft das Geschäft? Das hat schon bessere Tage gesehen. Der Geldbeutel engt seit den Konflikten zwischen den Lagern nicht mehr so locker. Sonst gibt es nichts mehr zu erzählen. Auch die ganzen Gegenstände hier sind Läden und Dekoration. Also der Dauganor hier, ich kann mir auch gut vorstellen, das haben wir ja bei Severus schon bemerkt. Und viele Leute haben wohl einfach keinen Bock auch auf diese ganze Problematik, dass die Lager, also Neues und Altes, so extrem in, also ich weiß nicht, ob wirklich jetzt hier eine Kriegssituation herrscht, aber auf jeden Fall ist es alles ziemlich ungemütlich und deswegen gibt es wahrscheinlich Aussteiger aus beiden Fraktionen und die treffen sich dann zum Beispiel hier. Der gute Mann hat nichts zu erzählen. Sintoi. Und was machst du hier? Der kann doch bestimmt einem was beibringen, oder? Na, woher sieht's denn aus? Ja, du kommst nicht aus dem alten Lager, oder? Nein, so offensichtlich. Ich bin aus dem neuen Lager, wie du dir sicherlich schon denken kannst. Ist es dir nicht zu... Ich hab's direkt gewusst. Ist es dir hier nicht wenig zu gefährlich? Was? Warum soll das hier zu gefährlich sein? Der Kartist unten an der Brücke erzählte mir die Lager seien im Krieg. Das neue und das alte Lager sind ständig im Krieg. Mal ist es schlimmer, mal weniger schlimm, nichts Neues. Sogegeben, so schlimm wie jetzt war es nicht mehr, seitdem Lee mit seinen Kumpels damals aus der alten Kloake abgedampft ist. Aber das ist mir doch egal. Die Rotröcke sehen mich nicht, wenn ich es nicht will. Du schleichst dich einfach an ihn vorbei? Das Bier ist es wert. Der Schnaps aus unserem Lager taugt nicht, wenn du mich fragst. Okay, er kann uns das Schleichen beibringen. Kannst du mir das Schleichen beibringen? Na klar, das kostet dir aber was. Sagen wir 50 Hertz. Das machen wir später. Wir haben ja sowieso dann nicht mehr genug Geld, um ins Lager zu kommen. Und Fürst. Und wer bist du? Ich bin der Fürst. Willkommen im Kneipiperium. Der Fürst? Der Fürst von was denn bitte? Äh, das ist kein Titel. Das ist mein Name. Ich bin nicht der Erste, der das denkt. Also mach dir nichts draus. Ansonsten nichts zu erzählen. Delos. Hi, kann ich hier was trinken? Ja klar, mein Freund. Aber nur Bares ist Wahres, wenn du verstehst. Äh, klar. Wie sollte ich denn sonst bezahlen? Schon gut, Junge. Warum so ein langes Gesicht? Was ist los? Das Geschäft läuft zur Zeit nicht so gut wie es sollte. Früher war eben alles besser. Früher? Ja, es waren bessere Zeiten. Klink war damals noch wird und mit ihm lief das Geschäft einfach besser. Er wusste, wie man Kundschaft anlocken konnte. Ah, verstehe. Äh, ähm. Außerdem hat er sie immer super unterhalten. Und seine Freunde waren auch immer sehr unterhaltsam. Es machte richtig viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Das war alles, ja, ja. So, so. Ich denke, noch viel angenehmer. Es gab sogar richtige Feierstimmungen. Mit Musik und dergleichen. Da macht das Saufen ja noch viel mehr Spaß. Und ja, also ich, ähm. Die Kunden, ja. Und die Kunden, die waren auch noch netter. Jetzt sind sie alle so stinkig. Und, äh. Ja, ja. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ich wollte jetzt eigentlich nur etwas trinken und nicht taub gelabert werden. Ah, ja. Ich verstehe. Nun denn, willst du ein Bier? Als ich eben vor einer halben Ewigkeit hierher kam und ich ansprach, wollte ich ein Bier. Ja, genau. Gut. Ein Bier kostet 20 Hertz. Das kriege ich ja in jedem Jahr ein Lager billiger. Tja, dann geh doch hin. Das alte Lager ist nicht weit entfernt. Und du wundertst dich, dass das Geschäft nicht gut läuft? Äh. Ist ja schon gut. Dann eben 15. Sind wir uns einig? Ja, ich denke schon. Oh, hier können wir auch noch viel quatschen. Aber erst mal das Sortiment, bitte. Aha. Und hier kostet es wieder 17. Der verarscht mich doch. Der verarscht mich. Was soll das? Eben sagt er 15. Ach, okay. Das sind zwei verschiedene. Also dunkles Paladiner kostet 15. Königstropfen 17. Schläferwein. Haben wir ja auch. Das liefern die quasi zu Dauganor. Jetzt macht der Name auch Sinn. Der stand so ein bisschen wahllos im Raum, als wir zum ersten Mal... Schläferwein aufgesammelt hatten. Ob wir wohl auch ins zweite Stockwerk kommen. Was ist denn eigentlich das hier? Klink. Ein Bild von Klink. Oh Mann. Genauso sahen die Bilder damals aus dem Mittelalter. War ein guter Künstler. Soll es auch gegeben haben. Hattest du in letzter Zeit keine weiteren Gäste? Bis auf die, die du hier siehst? Nö. Nö. Nicht wirklich. Zu denken gibt mir der junge Bursche da, der wie ein Loch säuft. Tut mir irgendwie ein wenig leid, der Knabe. Irgendwas ist in seiner Vergangenheit wohl passiert, aber er hat nie darüber geredet. Lange kann er hier eh nicht mehr übernachten, weil er eine ganze Menge Spielschulden angesammelt hatte und nicht mehr zahlen kann. Ich muss ihn wohl oder übel bald rausschmeißen. Also wenn du willst, rede mit ihm. Okay, das ist quasi der Zugang zu dem anderen Kamerad hier. Ja, wie könnte man das Geschäft denn wieder ankurbeln? Sagtest du nicht eben, dass du nicht taub gelabert werden willst? Ich will meine Ohren nur nachhaltig schützen. Ah, verstehe. Zum Geschäftlichen, da gäbe es so einiges zu tun. Die Kneipe muss wieder in den Lagern bekannt werden und wir brauchen wieder etwas, das uns mehr Ambiente verschafft. Was schwebt dir da vor? Musikalische Unterhaltung kam schon immer gut an. Ein paar Leute, die mit Instrumenten umgehen können, wären also nicht schlecht. Bevor du fragst, wenn ich wüsste, wer hier in der Kolonie ein Instrument spielen kann, wäre ich längst selbst losgezogen. Na toll, klingt so, als würde das Ganze doch etwas schwieriger werden als geplant. Tja, was hast du erwartet? Etwa, dass sich irgendeine Gruppe Baden hier in der Kolonie trifft? Äh, hey Kopf hoch, ich werde dich natürlich nicht nur mit Worten abspeisen, wenn du mir fähige Musiker ins Haus holst. Okay, das heißt, äh, Ambient des Kneipe-Periums, wir brauchen Musiker. Das könnte etwas länger dauern, aber es wird wohl erledigt werden können. Hey, hab ich da eben richtig gehört? Du willst uns eine Musikerbande anschaffen? Ich werde es zumindest versuchen, aber ich kann es nicht versprechen. Ja, das, da hast du recht, das kann eine langfristige Aufgabe werden. Meinst du, du kannst mir ein paar Tipps geben? Also ich würde dir erraten, jedes Lager mal abzuklappern. Fähige Musiker sind selten, kaum vorstellbar, dass du mehrere in einem Lager antreffen kannst. Das wird einfach immer besser. Äh, hey, das hat dich niemals dazu gesungen, oder? Ah, da hast du auch wieder recht. Der gute Fürst, können wir Daugano? Eigentlich hat der da ein Mitspracherecht, oder gafft er hier als Besitzer einfach nur depressiv an die Wand und hofft auf bessere Zeiten? Also das sieht ja schon ein bisschen traurig aus. Hockt schon wenigstens an den Tisch, komm. Komm, die Steine sind alle gleich aus. Ich gucke mal direkt in der nächsten Folge, ob wir quasi auch irgendwie oben nochmal hier so gemächer durchstöbern können, oder kleinere Räume. Denn von außen sah es schon so aus, als gäbe es einen zweiten Stock. Gerade weil die Decke hier auch gar nicht hoch ist. Ne? Sieht schon, aber es muss nicht sein. Es könnte sein, aber es muss nicht sein. An sich ist die Bude ja auch nicht allzu groß. Aber dann werden wir in der nächsten Folge mal mit Derem sprechen, und dann mal schauen, ob wir hier noch generell ein bisschen was finden. Aber zumindest eine Quest konnten wir hier annehmen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.